Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM. Das war gar nicht so lange her, dass wir zuletzt gesprochen haben, nämlich im September, wenn ich mich nicht völlig falsch erinnere. Zu Gast ist Gregor, Gregor Schenk. Hallo, herzlich willkommen. Als wäre ich nie fort gewesen, hallo. Als wäre nur ein Monat dazwischen gewesen, ja. Schön, dass du mal wieder da bist, schön, dass wir mal wieder reden können. Aber es gibt natürlich auch einen guten Grund, dass du ausgerechnet heute hier bist. Denn, ich sag mal so, wir sind die beiden Stubenältesten. Die Dinosaurier. Ja, dankeschön. Oder wie sagt man, cooler, irgendwer hat's, ah, ich hab's, warte mal, pass auf. Wir sind die Dinosaurier oder die OGs. Ah. Das hab ich neulich gehört. Ja, das ist, äh, das gefällt mir. Hat jemand gesagt, hier, ihr von Detektor, ihr seid die OGs des Podcastnings. Hat eine andere Podcastproduktionsfirma zu mir gesagt. Okay, dann sind wir ab jetzt die OGs von Detektor FM. Das gefällt mir gut. Ja, ist vielleicht ein bisschen cooler als Dinosaurier, aber Dinosaurier sind natürlich auch cool. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Oh, hab ich keinen. Kannst du dich nicht festlegen? Ne, ich find alle super. Ja, alle sind super, natürlich. Weil, ich komm ja aus der Oberlausitz, da gibt's so, wie viele wissen, den Dinosaurierpark Kleinwelker. Wer kennt die nicht? Ich bin quasi mit Dinosauriern groß geworden. Und da kann man sich nicht mehr entscheiden. Ne. Ne, das ist klar. Ich fand immer den Triceratops, falls man den überhaupt so ausspricht, oder Triceratops, egal. Den fand ich immer gut, der mit den drei. Was hat der da? Hörner, Stacheln, naja, sowas. Irgendwie so. Ja, aber das sind alles nicht die Gründe, warum wir reden, sondern es gibt einen wirklich, na rund, ist es rund? Na, einen besonderen Geburtstag. 15. Geburtstag, nämlich vom Podcast Radio Detektor FM. Wahnsinn. 15 Jahre machen wir das hier schon. Stehen wir hier schon. Seit 15 Jahren stehen wir hier schon. Wir OGs. Ja. Ja, wie fühlt es sich an? Äh, surreal. Es ist schon 15 Jahre, Pubertät jetzt, Teenager und man fragt sich, Mensch, so lange machen wir das schon. Hast du die ersten Jahre auch nicht richtig mitbekommen, wahrscheinlich. Also als Kind kriegt man ja die ersten Jahre nicht so richtig mit. Kann ich nichts mehr erinnern. Kann ich nichts mehr erinnern. Nee, ich find's auch wirklich, surreal ist ein gutes Wort, weil es ist so, in meiner Erinnerung, so parallel verschoben. Also zum einen stehen wir hier gerade in meinem alten Büro, wo wir aufnehmen, hier hab ich jahrelang gesessen und Dinge getan und gleichzeitig denke ich, sind wir nicht vorgestern erst eingezogen, so gefühlt. Also nicht ganz, vielleicht vor vorgestern, aber dann denkt man auch wieder, ach krass und das ist dann passiert und als wir gestartet haben, war grad die Finanzkrise durch, dann kam Euro-Krise, also was so alles passiert ist in den Jahren. Ich hab heute erst daran gedacht, wir zeichnen auf an dem Tag, an dem die Ergebnisse der US-Wahlen durch sind und ich hab heute daran gedacht, ach ja, 2016, weiß ich noch, haben wir damals so eine, ich hab damals so eine Extrasendung, Playlist gemacht mit so Weltuntergangssongs. Könntest du vielleicht ja wieder rausholen dieses Jahr. Und genau, man denkt immer mal wieder an so Momente, bei denen einem so ein bisschen diese Wahrnehmung, diese Zeitwahrnehmung bewusst wird. Wie lange wir das hier schon so machen. Das ist wirklich irre. Also 15 Jahre, ja, also wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie, äh, ganz kurz und dann denkt man sich, genau wie du sagst, Teenager, 15, da bereitet man sich langsam schon mal aufs Abi vor oder fängt die Ausbildung an oder so. Oder guckt schon mal, welche Berufe man irgendwie wählen will später. Also das ist schon auch echt ein krasser, krasser Zeitrahmen einfach, der da jetzt irgendwie vergangen ist. Und das ist der Grund, weil in dieser Zeit ist ja nicht nur draußen viel passiert, sondern auch hier drinnen sozusagen. Also wir haben uns wahnsinnig verändert. Es sind viele neue Leute da. Wir haben ganz viele Projekte gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Preise auch gewonnen in den Jahren. Also ich kann mich tatsächlich noch sehr genau an unseren aller, allerersten Preis erinnern, den wir 2010 gewonnen haben. Der NEG Website Award. Wer kennt ihn nicht? In unseren Herzen, in unseren beiden Herzen ist er wahrscheinlich sehr, sehr tief drin. Ich glaube, er steht auch bei Wikipedia lustigerweise. Wenn man Detektor FM guckt, dann steht er da auch drin. Aber ja, das war so der allererste Preis, den wir gewonnen haben. Da waren wir auch wirklich richtig aus dem Häuschen. Das kann man glaube ich sagen. Ja, ich weiß noch, wie wir mit unseren Programmierern, die die Webseite programmiert haben und für die wir ja den Preis bekommen haben, dann im Hotel in Bremen über den Flur gerobbt sind, so als Raupe. Als Raupe. Und irgendwas dazu gesungen haben. Ja. Naja. Ich glaube so. Wir waren jung und wild. Ja, wir waren total wild. Ja, im Hotelflur. Ja, und dann gab es später, 2012 gab es dann den Deutschen Radiopreis zum Beispiel, Ernst-Schneider-Preis. Und dann sind sehr dankenswerterweise in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele Preise geworden. Grimme Online Award. Noch viele Radiopreise, muss man sagen. Und dann auch der Deutsche Podcast-Preis für teurer Wohnen und so. Und für unsere Tochterfirma Fakecheck haben wir auch gerade sehr, sehr viele Preise gewonnen. Unter anderem auch schon wieder den Ernst-Schneider-Preis und so. Also da gibt es wirklich viele, viele, viele Auszeichnungen, die wir in den letzten Jahren mit den Teams, die wir hier so aufgebaut haben, irgendwie gewonnen haben. Und das alles ist einfach ein Grund, um zu feiern. Und zwar Ende November feiern wir eben 15 Jahre Detektor FM, das Podcast-Radio. Was gibt es da zu erwarten? Weil du bist, ich sag mal so, in der AG-Geburtstagsplanung. Richtig. Wir haben eine kleine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Am 28. November werden wir unseren 15. Geburtstag von Detektor FM feiern und begehen im UT Connewitz. Einer meiner Lieblingsclubs, das darf ich sagen. Hier in Leipzig. Ja, absolut. Nicht nur in Leipzig, sondern vielleicht sogar deutschlandweit. So weit würde ich gehen. Für mich auch einer meiner absoluten Lieblingsläden. Das ist eines der ältesten erhaltenen Lichtspieltheater Leipzigs. Ich glaube, gebaut 1910 oder 20 oder irgend sowas. Man hat da noch so ein bisschen diese... Also auf jeden Fall älter als 15 Jahre. Man hat da auf alle Fälle noch so diese alte Patina überall an den Wänden. Und das ist eine sehr schöne Ambiente für Konzerte. Und deswegen haben wir uns auch zwei Bands eingeladen zum 15. Geburtstag, die uns ein kleines Ständchen spielen werden. Und wir machen einen Live-Podcast auf der Bühne. Das stimmt. Und zwar nicht irgendeiner ist zu Gast, sondern Ulf Burmeier von der Lage der Nation. Kennen natürlich, glaube ich, viele, die sich mit Podcasts beschäftigen. Und ich finde Ulf Burmeier deswegen auch besonders interessant, weil zusammen mit Philipp Banze macht er ja diesen Podcast die Lage. Das ist aus meiner Sicht, ich würde jetzt mal ein bisschen zuspitzen, der einzige Indie-Podcast, der es wirklich schafft, auf Dauer in den Top 20 oder Top 30 der Podcast-Charts sich zu platzieren. Also die haben es wirklich geschafft, seit ihrem Start, so Mitte der 10er Jahre, sich so festzusetzen und so eine Institution zu werden und interessanterweise auch auf unterschiedliche Weisen Geld zu verdienen. Also über die Hörerinnen und Hörer, über Werbung. Und das finde ich super interessant. Wir haben mittlerweile auch eine Firma gegründet, die so Podcast-Hosting macht und auch Werbeintegration und so. Und genau darüber wollen wir auch sprechen. Also über den Erfolg der Lage der Nation. Was ist sozusagen auch auf geschäftlicher Seite so ein bisschen das Geheimnis dahinter? Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass Ulf da, ich sag auch mal so ein bisschen jetzt, ja, die Karten auf den Tisch legt und sagt, was hat er da gelernt in den letzten Jahren? Was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert? Und ich glaube, das kann sehr, sehr interessant sein. Also wer mal Ulf von der Lage der Nation aus dem Nähkästchen plaudern hören will, der sollte da vorbeikommen. Ja, schöner Blick hinter die Podcast-Kulissen. Dann geht es in den musikalischen Teil des Abends über. Wir haben zwei Bands eingeladen und eine davon ist Umschat, eine Band aus Berlin, vier Leute. Spielen wir auch. Spielen wir auch, genau. Das ist ja eh so ein bisschen die Devise, dass wir uns Bands zum Geburtstag einladen, die hier treue Begleiter bei uns in der Rotation sind. Das ergibt Sinn, ja. Umschat ist eine davon, genau. Vier Leute aus Berlin, 2016 haben sie ihr Debütalbum rausgebracht. Ein ziemlich wilder Stilmix aus so amerikanischem Surf und griechischer Rembetika. Das ist vielversprechend. No Wave kommt da auch ein bisschen rein, orientalische Einflüsse. Manche kennen vielleicht den Song Power to the Women of the Morning Shift. Das ist so ein bisschen ihr Hit. Radio 1 und Taz haben damals den als Song des Jahres auserkoren. Auch bei der BBC und beim South by Southwest Festival hat man da gejubelt im Januar. Dieses Jahr kam dann das zweite Album. Da geht der wilde Ritz so ein bisschen weiter. Sehr psychedelische Sounds gibt es darauf. Das ist alles so hypnotisch, sehr tanzbar. Ich habe gestern ein Interview gemacht mit Jonas, dem Sänger von Umschat und habe ein bisschen über die Einflüsse da gesprochen, auch auf der neuen Platte. Und er hat mir da erzählt, dass er da unter anderem so alte Shellac-Platten sammelt mit ägyptischer Musik aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das klingt alles wahnsinnig nerdig. Aber ich finde es sehr spannend, wie Umschat daraus halt einen sehr stimmigen Stilmix am Ende machen und da so Sounds kreieren, die man so vorher noch nicht von der Indie-Band gehört hat. Das ist wirklich sehr spannend. Eine spannende Melange. Ja, genau. Und das ist ja eine Band. Mega Martin ist die zweite Band oder Mega Martin. Ist so ein klassischer Fall von kleines Juwel entdeckt im Bemusterungspostfach. Letztes Jahr im Frühling war das. Da flattert die Mail rein von Mansions and Millions. Das ist ein sehr geschmackssicheres Label aus Berlin. Und die haben uns da berichtet von ihrer neuen Band, Mega Martin. Drei US-AmerikanerInnen, die based in Berlin sind, spielen so eine Mischung aus Dream Pop und Amerikaner. Klingt so ein bisschen wie Fleetwood Mac. Ich höre ja wahnsinnig gerne dieses Rumors-Album von Fleetwood Mac da aus den 60ern, glaube ich. Mac DeMarco steckt auch so ein bisschen drin. Gleich die erste Single, All My Thoughts, haben wir dann auf Heavy Rotation genommen. Das sind so sehr unaufgeregte Indie-Pop-Hymnen, die Jim Martin da machen. Das ist alles sehr Melodie-verliebt. Musikblogs schreiben so Sätze wie This Band is ready to make a splash. Die spielen auch beim South by Southwest. Jetzt gerade haben sie, glaube ich, erst beim Pitchfork-Festival in London gespielt. Also bei den ganzen Tastemaker-Festivals stehen sie auf den Lineups. Beim Immergut haben sie dieses Jahr auch schon gespielt. Ach, guck an. Und Ende November spielen sie bei uns im Ute Konnewitz beim 15. Detektor auf einem Geburtstag. Freuen wir uns sehr drauf. Klingt wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde beides sehr, sehr vielversprechend. Ich bin ja auch ein großer Melodie-Freund und deswegen finde ich diese Kombination auch sehr, sehr, sehr spannend. Und da kann ich an der Stelle, glaube ich, auch mal ein Kompliment aussprechen. Erstens von mir, aber zweitens weiß ich auch von vielen Hörerinnen und Hörern, denn du bist ja durchaus maßgeblich dafür verantwortlich, diese Perlen auch rauszufinden, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Musikredaktion, vor allen Dingen mit Marie und Jessie. Aber da sind, glaube ich, in den letzten 15 Jahren auch viele gute, gute Sachen bei uns entdeckt worden. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Genau, das ist das, was wir tagtäglich machen. Uns durch sehr viele Bemusterungs-Mails, Playlisten und Songs und Alben zu wühlen und daraus so ein bisschen die Trüffel und die Rosinen auszugraben. Ja, ist nicht der schlechteste Job. Ja, aber ich will es ausdrücklich mal loben, weil ich höre das sehr, sehr oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Leute zu mir sagen, ihr seid doch die OGs des Podcastings, dann höre ich auch als nächstes mindestens oder schon vorher. Eure Musikauswahl ist übrigens richtig geil. Ich mag es bei euch einfach mal eine Stunde irgendwie in den Stream reinzuhören. Interessanterweise auch sonntags. Das ist auch so ein Ding. Sonntags Detektor FM entspannt ist auch so sehr, sehr beliebt. Aber gerade die Neuentdeckung und, ich sag mal, neuen Impulse, diese Trüffel, wie du sie genannt hast, das weiß ich, kommt bei vielen Hörerinnen und Hörern sehr gut an. Und das ist ja auch was Besonderes, glaube ich, von Detektor, dass wir so Podcasts kombinieren mit cooler, neuer Musik. Ist auf alle Fälle schön, dass wir nicht die Einzigen sind, die selber dann sagen, wir finden es super, sondern dass das auch noch ein paar andere Leute interessiert. Das stimmt. Was übrigens auch ein paar andere Leute interessiert hat, ist die Takeover-Woche mit Kate Nash. Das war echt auch ein Highlight, ne? Auf alle Fälle, ja. Kate Nash, die ja auch eine ganz interessante Geschichte hat, weil sie ja Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er hat sie diesen Hit und dieses erste Album und wurde da auch ganz schön durchgereicht von der Musikindustrie und hat da, glaube ich, nicht nur ihre beste Zeit gehabt. Und hat dann musikalisch sich auch sehr verändert in den darauf folgenden Alben und Jahren. Ging mal eine Zeit lang in so eine Punk-Richtung, dann ist sie eine Zeit lang auch mal musikalisch so ein bisschen abgetaucht. Dann hat man sie plötzlich gesehen in, was, eine Netflix-Serie? Oder weiß ich, weiß gar nicht, HBO, irgend sowas. Glow, diese Wrestling-Serie. Da spielt sie eine Wrestlerin. Und man hat sie dann da wieder entdeckt. Und dann so, ach Mensch, Schauspielern kann die auch noch richtig gut. Und sie hat ein Fable für Musicals und hat bei uns in der Takeover-Woche ein bisschen über ihre Liebe zu Musicals gesprochen. Und ich bin zum Beispiel ja überhaupt kein Freund von Musicals. Immer wenn die in Filmen anfangen zu singen... Da geht's dir wie mir. So der neue Joker-Film zum Beispiel war so ein Fall von... Jetzt fang doch nicht schon wieder an zu singen. Das war bei mir schon bei Ariel so, ehrlicherweise. Schon als Kind. Aber ja. Aber es ist sehr herzerwärmend und sehr wholesome, Kate Nash dabei zuzuhören wie sie von ihrer Liebe zu Musicals. Und sie spricht ja nicht nur über so klassische Musicals, sondern auch so über Serien wie Buffy the Vampire Slayer und so weiter. Über Willy Wonka, die Schokoladenfabrik und so. Und das ist eine sehr schöne Takeover-Woche, die Marie, meine Kollegin, mit Kate Nash gemacht hat. Er hat sie beim Reeperbahn-Festival getroffen im September. Und genau, kann man sich jetzt anhören im Popfilter. Würde ich auch sagen. Kann man nochmal reinhören. Und ein Kompliment musst du auch noch aushalten. Popfilter ist nämlich ein ganz gutes Stichwort. Ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen, als du die Folge gemacht hast mit Martin Kohlstedt zu Deutschland ein halbes Leben. Das ist ja der Storytelling-Podcast, den ich gerade in dieser Woche abgeschlossen habe, wo jetzt diese Woche die sechste Episode erschienen ist. Aber ich muss echt sagen, dass die Popfilter-Folge mit Martin Kohlstedt bei mir nochmal so eine zusätzliche Ebene geschaffen hat, weil ich auf einmal gemerkt habe, krass, stimmt, der ist ja auch genau diese Generation Ende der 80er geboren in Ostdeutschland, stellt sich Fragen und so. Also das fand ich wirklich bewegend. Ja, da konnte man sich aber auch wirklich keinen passenderen Komponisten für den Podcast-Soundtrack vorstellen. Weil ja, wie du schon sagst, er ist genau die Generation, die da porträtiert wird in dem Podcast. Er ist aus Thüringen und er macht sich ja auch stark für die Region. Und er beobachtet diese Spaltung oder bekommt die am eigenen Leib sozusagen mit. Er meinte im Vorgespräch zu mir, dass er früher so ein Tischtennisverein war und so. Und dann halt schon viel auch mit Leuten zu tun hatte, wo er sagte, ja, okay, ich teile jetzt nicht so deine Meinung und wir sind irgendwie schon verschieden, aber im Tischtennisverein kommen wir trotzdem zusammen und haben auch Gemeinsamkeiten. Und dieses Wiederzusammenkommen und Gemeinsamkeiten finden, das ist sowas, was er immer weniger sieht in seiner alten Heimat. Aber er macht sich eben auch stark. Er hat ja zum Beispiel so ein Aufforstungsprojekt in der Region und hat da so ein paar Hektar Wald, die er wieder aufforstet und da halt mit den Locals zusammen sich darum kümmert, dass sie den Wald wieder schön machen. Und hat da natürlich auch viel mit Leuten zu tun, zu denen er zum Beispiel, wie er meint, anders sprechen muss, als wenn er jetzt in Weimar, in seiner Heimatstadt, über Aufforstung und über Klimawandel spricht. Sondern wenn er dann in Thüringen da ist bei einem Aufforstungsprojekt, dann muss er halt irgendwie mit einem Kasten Radeberger zu den Leuten über den Zaun und ganz anders mit denen sprechen und so. Und das fand ich sehr spannend, was er da so zu erzählen hat. Total. Das fand ich total interessant, weil es wirklich nochmal so eine Zusatzebene auch zu dem Podcast ist, Deutschland ein halbes Leben. Und du hast vorhin Trump angesprochen, am Ende kommt ja alles zusammen. Also wir erleben das ja in Deutschland, dass irgendwie so eine gefühlte Spaltung da ist, dass die Leute nicht mehr irgendwie miteinander reden und auch andere Meinungen und andere Haltungen nicht mehr aushalten oder sofort irgendwie zumachen, egal auf welcher Seite und so. Und das ist ganz schwierig, es da noch so Gemeinsamkeiten zu finden. Deswegen fand ich das auch super, super interessant, was Martin Kohlstädter gesagt hat. Und im Prinzip ist das ja wie so eine Rampe, hier einfach nochmal drauf hinzuweisen, hört gerne mal in Deutschland ein halbes Leben rein, 35 Jahre Mauerfall. Jetzt, morgen, ist ja das offizielle Jubiläum, der 9. November, 35 Jahre. Ich kriege auch wirklich immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Bilder sehe, wie die Leute da irgendwie damals Bornholmer Straße irgendwie so völlig ungläubig auf einmal rüber rennen und auch die, ich finde die Grenze auch so krass in diesen, weil die auch so, die stehen so da und denken, ich mache jetzt hier gerade den Schlagbaum auf, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie ein historischer Moment und dann kommen sofort auch die Fernsehkameras und so. Also es ist irgendwie so irre, dass das damals funktioniert hat, diese friedliche Revolution. Und der Podcast Deutschland ein halbes Leben, den wir gemeinsam ja mit dem MDR gemacht haben, mit wirklich großartigen Leuten, Martin Kohlstedt, hast du schon genannt, das Cover kommt von Marian Kretschmer aus Chemnitz, zusammen mit Stefan Haag. Dann haben viele Leute auch mitgearbeitet, Franziska Krenzin zum Beispiel, die Dramaturgin Joana, unsere Redakteurin Benni, der den Sound gemacht hat, die Postproduktion hier bei uns. Also sehr, sehr viele Leute haben da einen großen Anteil dran gehabt, dass dieser Podcast auch so erfolgreich ist, wie er jetzt aktuell auch ist. Ist seit Wochen auch in den Charts, bei Apple beispielsweise und auch eine große Empfehlung in dieser Woche immer noch. Da hört gerne mal rein. Deutschland ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall. Absender ist der MDR, aber ihr findet ihn in eurer Podcast-App. Und ja. Kann ich auch nur empfehlen und da muss ich jetzt mal ein Kompliment aussprechen, denn ich habe den noch nicht, ich habe die ersten zwei Folgen gehört und muss noch viel nachholen, aber allein das hat mich schon echt gefesselt. So diese Langzeitbeobachtung ist halt so wahnsinnig spannend, die du da machst. Du hast die Leute, die du da porträtierst, schon getroffen. Da haben sie ihren 18. Geburtstag gefeiert. Das war 2007. 2007, ja. Vor 17 Jahren. Vor 17 Jahren. Und zu hören, wie die ihre Standpunkte auch weiterentwickeln oder wie sich deren Leben in den letzten, ja fast 20 Jahren so weiterentwickelt hat, das ist sehr fesselnd. Also ich bin auch, ich muss sagen, das ist, glaube ich, ohne da jetzt zu übertreiben, der persönlichste Podcast, den ich auch jemals gemacht habe, weil ich treffe diese drei, die am 9. November 89 geboren worden sind. Ich treffe auch den Soziologen Steffen Mau, der so eine große Perspektive auf die Gesellschaft hat. Und natürlich hat das dann aber auch ganz viel mit mir persönlich zu tun, mit mir als in Potsdam geborenen, in Leipzig lebenden, der hier vor 15 Jahren ein Podcastradio gegründet hat und so weiter. Also welche Rolle spielt ostdeutsche Identität eigentlich für mich persönlich? Was würde ich mir wünschen, wie Menschen vielleicht wieder besser und stärker in den Dialog und in so eine Gemeinschaft kommen können und in den Austausch, ohne irgendwie sofort so zuzumachen und so. Muss ich wirklich sagen, ich hatte beim Abhören und das ist mir auch sonst selten bis nie passiert, wirklich mehrfach Gänsehaut in Situationen, wo ich so dachte, ah krass, ja, das ist hier ein entscheidender Moment und das hat Benni zum Beispiel dann irgendwie sehr gut arrangiert und da wird das total deutlich, was wir und ich da sagen wollten und so, also hört mal rein, macht euch eine eigene Meinung und wenn er euch gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, weil das ist, wie gesagt, ein Podcast, der kommt irgendwie von ganz tief aus dem Herzen und ist glaube ich auch kein Podcast, der jetzt so auf die Schnelle irgendwie ein Hit ist, sondern ich glaube, da muss man sich darauf einlassen und das kann ich auch sagen, die vielen Reaktionen zeigen das und die sehr, sehr persönlichen Reaktionen, teilweise aus Österreich oder so schreiben mir Leute, die sagen krass, ich habe mich noch nie so mit dem Mauerfall und mit der Wiedervereinigung und Ost und West und Deutschland auseinandergesetzt wie durch diesen Podcast, dass da was, genau, da resoniert was, da passiert was, also würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Deutschland, ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall und ganz am Ende, bevor wir uns jetzt verabschieden und nochmal darauf hinweisen, dass am 28. November der Geburtstag stattfindet und ihr Tickets kaufen könnt, wenn ihr in Leipzig seid, würden wir uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr vorbeikommt, weil ich glaube wirklich mit Ulf Burmeier, mit Umschad und Mekre Martin, kann es ein sehr, sehr schöner Abend werden. Im sehr, sehr schönen UT Konnewitz haben wir noch einen kleinen Teaser sozusagen hier an dieser Stelle, denn ich weiß, dass viele von euch, Hunderttausende könnte man auch sagen, teurer Wohnen sehr geliebt haben und ich kann hier an dieser Stelle schon mal sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Das Team arbeitet schon längst dran, du weißt natürlich, dass sie schon dran arbeiten, aber Ende November wird es eine zweite Staffel geben und so viel kann ich auch schon mal sagen, es wird um die deutsche Bahn gehen. So, viel mehr können wir noch nicht sagen, aber in den nächsten Tagen und Wochen werden wir mehr dazu sagen können, dann gibt es schon die ersten Details und dann sicher auch schon den Trailer und so, aber auch darauf dürft ihr gespannt sein, zum Ende des Jahres, spätestens auf der Bahnfahrt nach Hause. Weihnachten, könnt ihr dann die Staffel hören. Ich glaube, das ist auch nochmal für uns persönlich, also nochmal so ein richtiger Höhepunkt am Ende des Jahres. Mehr dazu dann logischerweise auch destilliert hier im Dezember, aber das schon mal als Ankündigung. Ende November kommt eine neue Staffel von Teurer Wohnen. In diesem Sinne freuen wir uns auf den 15. Geburtstag von Detektor FM. So ist es. Und wünschen euch einen schönen November. Vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich Ende November. Ansonsten hören wir uns an dieser Stelle in diesem Podcast, dann Anfang Dezember wieder, dann eben mit Infos zur neuen Staffel von Teurer Wohnen. Das wird toll. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm. Dann können Sie jederzeit nachhören. Dann können Sie jederzeit nachhören. Dann können Sie jederzeit nachhören. Dann können Sie jederzeit nachhören.